Achmel! Was? Jetzt lass deinen Scheiß an, der ist zur Seite und stell dich da kurz hin. Ja, ich steh. Ich muss die Farben einsammeln. Du musst hier stehen. Du musst die Farben nicht einsammeln, Kid Malfe. Die verschwinden. Nein! Ähm... Ja, egal, Leute! Wunsch über den kleinen Beinster zurückkommt zu einem neuen Video auf eurem Kanal, Leute! Das war eine sehr schöne Einleitung, Kid Malfe. Und er muss Farben machen. Ja. Mit dabei ist noch der liebe Snutski! Ah, Digger, ja. Servus, was geht? Hi, na? Und mit dabei ist der liebe Andressi. Willkommen zu Airline 743. Ja. Bitte steigen Sie ein und halten Sie in den Schnauzen. Du bist aus für den kleinen Kalb. Hahaha. Leute, heute spielen wir Infiziert-Modus in Frater Petroial. Und zwar auf der Terminal-Map, meine lieben Freunde. Ihr kennt die Map, ihr liebt die Map, ich weiß es. Also lasst ein Like da, damit wir die Map veröffentlichen sollen. Und ich würde mal sagen, meine lieben Freunde, für jeden, der Infiziert noch nicht kennt, kommt eine Erklärung. Und dann geht es schon los. Bei Fortnite Infiziert geht es darum, dass ein Spieler infiziert ist, der alle anderen auch infizieren muss. Und zwar mit seiner Spitzhacke. Und die anderen Spieler haben eine Pistole, mit der sie den Infizierten töten können. Wenn der Infizierte einen Spieler tötet, sind die betroffenen Spieler natürlich auch infiziert. Und was noch wichtig ist, Leute, der Infizierte darf bauen. Ich würde mal sagen, viel Spaß. Okay, meine lieben Freunde, Uzza, sind wir jetzt am Random-Generate... Äh, oft infiziert. Was? Keine Ahnung, Leute. Auf jeden Fall wird hier jetzt ausgelost, wer zuerst der Infizierte ist. Ich darf nicht, ich darf nicht. Ja, komm, du darfst. Yeah! Ja gut, André, du bist der erste Infizierte. Und ich würde mal sagen, Leute, wir müssen uns kurz losschlagen. Und dann geht es weiter. Okay, meine lieben Freunde, Uzza, sind wir jetzt wanted. Und ich würde mal sagen, Kidman, Snootski und Odoman, wir holen uns hier unsere Waffen. Let's go! Äh, ja, holt euch eure Waffen und dann geht es direkt los, meine lieben Freunde. Und derjenige, der zuerst 15 bis 20 Kills hat, Leute, seht ihr da hinten den dicken Schweezy, den Schwanz da hinten. Da ist ein Chak-Chak drauf, der Gewinner bekommt den Chak-Chak. Und ich würde mal sagen, es geht direkt los. So ein dicker Scheppermann. Ja, weil ich das einfach kann. So. Jetzt bin ich mal gespannt, Alter, wo Emplizliplu bleibt. Emplu? Jaaaa! Die Frage ist, wo ist er gespawnt? Die Frage ist, ich glaube, ich habe vergessen, Spaw-Plattform zu machen. Und der muss fliegen. Nein. Nein? Ich bin gespawnt, aber ich sage nicht wo, weil das wäre ja doof. Genau. Aber ich höre jemanden. Ich seh ihn, ich seh ihn, ich seh ihn. Hast du nicht? Doch. Emplu! Auf ihn mit dem Bull! So, Leute, wir müssen Emplu aufschalten, damit wir uns natürlich hier auch wieder Gegenstände Wo ist der Digga, wo ist der? Unter uns? Unter uns? Im Flugzeug, oder was? Ja, im Flugzeug. Nein! Okay, nice, nice, nice. Credits, Digga. Okay, Leute, Kidmeave hat schon einen Kill. Das heißt, er könnte sich eventuell schon was aus der Holzbox holen, meine lieben Freunde. Emplu, wo sind sie? Sag ich nicht. Emplu. Oh, wo, wo, wo? Ey, nice, 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 nice. Ist alles rein. Okay, kann ich auch mal vielleicht nen Kill haben? Nein. Ja, wenn du runter sprichst, er fuhst du. Ähm... Kidmeave, hol dir jetzt mal was. Du holst jetzt die Box hier. Nein, ich habe nur eine Münze. Du hast zwei, du hast grad. Ah ne. Nein, das war eine. Ah, es ist schmuck-schmuck. Okay, so Freunde, wo ist Emplu? Oh, wo ist der? Wo ist der? Hallo, hallo, hallo! Ist er auf dem Flügel? Ja, ich will nicht warten! Auf dem Flügel! Ja, ich will! Aim! Aim! Oder auch nicht! Digga, dein Ernst Digga? Ich spiel Gitarre! Okay, du hast zwei Kills. Komm, kauf dir das! Die Scheiße! Das ist Double Pistol! Ja doch, kauf dir das! Echt? Ja, kauf dir das! Nein! Nein! Kauf dir das! Ah! Wo ist er? Ah! Wo ist er? Okay, toll! Okay, nice! Okay, 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 let's go, Leute! Hast du einen Punkt? Nein, ich habe immer noch keinen Punkt, weil Odomans Aim ist wie ein Kartoffeltoaster. Oder warum spielst du hier überhaupt diesen Modus mit? Ich weiß auch nicht, warum ich den Modus spiele. Nimm einfach auf und lass uns nur zugucken. Okay, let's go! Lass dich auf und lass nur uns zugucken! Ja! Let's go! Was ist da drin? Wer ist unter uns? Odomann! Unter uns, unter uns! Ein Hit! Odomann jetzt! Odomann! Oh! Schmeckt das? Willst du mich angreifen, bitte? Greif mich an! Achso! Lass die Waffe! Was? Alter, lass die Waffe! Ja, er hat schon so eine OP-Waffe, Digga! Hab ihn! Digga, das ist dein Ernst, Digga! Ich geh... Ah! Pass auf! Schmocki ist jetzt auf! Ja! Schmocki ist jetzt auf! Äh! Ich bin alleine im Leben, Leute! Oh mein Gott! Okay, wir können aber die Tag von Kitmap klauen! Und Schmocki down! Komm her! André auch down! Okay, Leute! Wir brauchen jetzt Munition! Okay, wir sind jetzt alleine gegen drei Leute! Ich geh mir verpiss dich! Nein! Nein! Mach lang! Mach lang! Ich geh mir verpiss dich! Ah! Nice! Okay, wir haben drei München, Leute! Wir haben drei Kills! Ne, wir haben... Doch, drei Kills haben wir, Leute! Oh mein Gott! Oh! 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 Pistol! Bitte Pistol! Was war das grad? Ja, hast grad gerülpst oder? Ich wollte Zombie-Geräusche machen! Bleib Flummi, Digga! Oh, er hat auch Zombie-Geräusche machen! Hä? Achso? Okay! Nein! 4 Kills! 4 Kills! Leute, wir shoppen die 15 Kills! Aber wir müssen uns gleich mal was kaufen, Alter! Dass wir vielleicht zwei leben... Oh! Das war knapp, Digga! Das war richtig klar! Oh! Oh shit! Ey, gleich kommt jemand von hinten! Ich wusste das! Nein! Flummi Boy ist da! Flummi Boy ist da! Aaaaah! Schnuckl ist da! Nei! Oh mein Gott, Leute! Ich wollte Action haben! Und jetzt krieg ich Action! Action! Ist's und todt! Ein wirklich cheated! Trick it down! Aaaaaah! Auto! Auto Auto! OI-inci- cosasout! wreckagechterچ traumatic Bachоровgatesm Rene- rein, dinn! Rene- constant Geld, Rene! Wenn man den Adel schlägt, dann spielt er. Jungs, kurz links. Spiel stopp. Spiel stopp. Ganz kurz. Spiel stopp. Bitte bleib. Hallo. Okay, Freunde. Ich... Was? Okay, meine lieben Freunde. Und zwar habe ich es leider nicht geschafft. Ich habe sechs Kills gemacht, meine lieben Freunde. Aber ich würde mal sagen, kommen wir zur zweiten Runde. Okay, Freunde. Wir sind jetzt bei dem random Gnarraten. Und ich würde mal sagen, Kid Maeve. Go! Ich habe nur gesagt... 3. 1. Jungs, jetzt mach doch mal richtig Kid Maeve. Jungs, verdruck. Jungs, verdruck. Jungs, verdruck. Jungs, verdruck. Erfolgsdruck. Ja. Nein, 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 nein. Oh mein Gott. Es ist Schmocky, Alter. Oh mein Gott. Okay, Leute. Ich würde mal sagen, es geht direkt los. Warte, wir müssen uns noch runterhauen. So, Leute. Und zwar killen wir den lieben... Schmocky, bleib stehen. Bleib stehen. Schmock, bleib stehen. Bleib. So. Und zwar kamen wir Schmocky jetzt gekillt. Und ich würde mal sagen, es geht jetzt direkt los. Wo ist er? Was gibt ihr mir denn da direkt? Oh mein Gott, Digga. Kid Maeve. Digga, Kid Maeve. Ich schwör, ich kill dich gleich, Digga. Lass mir jetzt ein paar Kills rein. Ich bin Captain Cowboy. Captain Cowboy. Er kommt da geploppt. Er wollte mich verarschen. Ich habe 1 HP. Oh mein Gott. Ey, wenn er 1 HP hat, dann lass mich bitte, bitte. Ey, mach kein Auge, Digga. Lass mal Odoman sein. Hallo. Wenn du triffst. Wenn du triffst. Du hast 3 Schüsse. Armin. So. Schmock, 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 Schmock. Und... Solid. Ey, Jungs. Das ist so B. Das ist genau, wo ich spawne. Oh shit. Oh. Armin. Hau rein. Oh. Odoman ist Schuh. Oh mein Gott. Digga, ich habe gedacht, du wärst so ein Bellini. Warte, was? Kid Maeve ist raus? Warte, Kid Maeve ist raus. Oh mein Gott. Und... Schmocky. AIM! 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 JA! Ich hab 3 Kills. Ich hab 3 Kills. André, komm mit. Amplu, komm mit. Amplu. Da unten, da unten ins Eisen. Komm mit. Komm, 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 komm. Pass auf, Schmocky. Kommt hinter uns. Schmocky. Geh mehr Kills da uns. Oh shit. André, war weg. Nice. Oh mein Gott. Okay. Kid Maeve hat auch schon 2 Kills, Leute. So und wir kaufen. Ich habe nicht gedacht. Ey. Ich hab... Ich hab... Ich hab ein Jug-Jug. Also Mini. Aber ihr wisst so. Ich halt jetzt 3 Schläge aus, Leute. Ich halte 3 Schläge aus. Es bei mir! Nein! André ist raus, Leute. Das heißt, 2 versus 2. Kid Maeve, wir müssen... André... Ich hab ihm einen Hit. Einen Hit. Kid Maeve. Hab wir auch einen Hit? Er ist low. One Hit. Okay. Hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn. Oh mein Gott. Kid Maeve, pass auf. Kid Maeve, pass auf. Ihr braucht drei Waffen. Ja! 120er Hit. Oh! No! Ich hab 2 Dinger. Ich kann mir eine neue Waffe holen. Komm Kid Maeve. Komm mit, komm mit, komm, 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 komm. Leia lass die bleiben. Nein, komm mit. Wir müssen uns so Waffen holen. Nice, okay. Was gibst du denn? Ey, ich hol mir eine Tommy. Leute, ich hab zwei Kills. Tommy. Let's go, Alter. Komm mit, Bruder, komm mit. Ich bin hinter dir. Pass auf, pass auf. Nicht, dass die von oben kommen. Deck mich, deck mich. Ich deck dich, Digga. Lauf nicht über diese Felder. Das wissen wir, dass wir hier waren. Okay, okay, okay. Let's go, Leute. Let's go, let's go, let's go. Komm hier rein. Lass außen rumgehen. Lass außen schwunsen. Leute, nicht vergessen. Einen Leitner zu lassen. Weil... Damit ich und Odumann gehören. Ach so. Ey, ich mach die Spannung kaputt. Was Leitner? Help und save irgendwann. Komm an, André. Ah, Schwank ist da. Oh shit, ich wusste es. Die sind im Bücherland. Im Bücherland. Ich geh kurz kaufen. Beeil dich. Was hast du bekommen? Ach so. Baby. Was geht? Ich hab mir vor's sterben. Okay. Ein Plus gedauern. Wie viele Tode hast du? Wie viele Tode hast du? Hab ihn. Nice. Ich hab jetzt insgesamt vier. Ich hab sechs. Okay, Leute. Row to... Row to... Row... Row... Du musst mich kurz zurückdrücken. Row to 15 Kills, meine lieben Freunde. Warte, hier ist einer. Hallo. Hier ist keiner. Blubla 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 blub. Kim, wo bist du? Oh shit, man kann da nicht durch. Komm rein, komm rein, komm rein. Wo bist du? Ich bin auf dem Dach. Komm zurück. Ey, komm hinter dir, hinter dir. Pass auf. Im Flugzeug. Oh nein. Wo ist Schmuckolo? Wo ist Schmuckolo? Ich weiß nicht, über uns. Lass auf Flügel. Okay, Flügel. Hinter mir, hinter mir, hinter mir. Ich seh ihn, ich seh ihn. Er zieht's, er zieht's. Ey, Bruder. Ja. Hab ihn. Oh mein Gott. Digga. Darf ich den benutzen? Was? Nein, 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 darfst du nicht. Ah! Geht weg, geht weg, geht weg. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Digga, das war so schlimm. Okay, warte. Leute, ich hatte 5 Kills, jetzt hab ich 7. Ein Kill noch, dann können wir uns wieder diese Chest holen. Die Eisenchest. Hab ihn. Ich hol mir die, ich hol mir die Chest kurz, Ahmed. Okay, Evo. Bruder hast du Mini-Munition? Oh mein Gott. Ne, leider nicht, Digga. Du musst, du musst farm jetzt. Ich hab den Shootgun bekommen, Leute. So, wo seid ihr, kleinen Pisser? Ab, Spock. Yeezy. Hey. Wir erfahren bei OP. Okay, ich hab wieder 4 Kills. Oh mein Gott, ich wollt grad auf dich schießen, du Idiot, Mann. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich bin der Marsch. Nein. Ich hab dich. Ich bin der Marsch. Kidmeath. Ist auch tot. Hast du Andre, hast du Kidmeath? Ja. Äh. 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 Okay, Freunde. Kidmeath hat's auch nicht geschafft. Wir haben's leider nicht drauf auf der Gesicht. Aber ist nicht so schlimm, meine Lieben, Freunde. Ihr habt's gesehen, wir haben unser Ziel leider nicht geschafft, den Schwanz da hinten einzunehmen, beziehungsweise zu bekommen, weil wir keine Lust der Gäste bekommen haben. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. 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 Ciao.